Wollt ihr heute einen Rekordversuch machen? Ja! Noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Heute war es sehr spannend, weil es sehr viel zu organisieren war, aber das Wetter tut traumhaft mit. Meine Mannschaft, die Fehling-Lappmannschaft, hat hervorragend hier schon alles mit vorbereitet. Und dann die Gruppe der Flatschüler, die Großen, die auch ganz toll dazu beitragen. Also es lässt sich gut an. Und dann natürlich die vielen Schulen, die auch Versuche hier aufgebaut haben. Also ich bin mit dem, was bisher gelaufen ist, sehr zufrieden. Vielen Dank.